Oft sind es die kleinen Dinge, die immer beschwerlicher werden und einfach nicht mehr gelingen wollen. Unser Pflegedienst Sorgenfrei vermittelt seit acht Jahren Altenpfleger und Pflegekräfte für eine 24-Stunden-Pflege zu Hause. Die individuelle Beratung und ein guter Kontakt zu unseren Kunden sind uns wichtig. Ihre Sorgenfrei-Betreuerin begleitet Sie während der gesamten Zeit unserer Zusammenarbeit und unterstützt Sie in allen Belangen rund um Ihre Pflege und der Auswahl Ihrer Betreuungskraft. Unsere geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Sie da. Kompetent, liebevoll und engagiert. Dabei richtet sich der Umfang der Betreuung ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Uns ist es wichtig, auch nach der Vermittlung den Kontakt zu den Familien zu halten, denn wir möchten Sie gut versorgt wissen. Wir sind sehr froh, dass die Teres jetzt bei uns ist. Pflegedienst Sorgenfrei. Leben und Pflegen zu Hause. Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch.